Hallo, herzlich willkommen zu Counter-Strike mit Marjandus. Hi, na? Ich kann das unterstehen hier. Ja, ich auch endlich mal wieder mit Kamera. Ja, wir spielen Wettrüsten. Ja, das spielen wir. Ich muss ja sagen, Counter-Strike bin ich noch ein bisschen nubig. Man sieht's, ich bin erst Rang 2. Du musst Rang 3 werden, dass wir Ding in Rangliste machen können. Okay. Ich habe auch noch nicht so viel gespielt. Ich habe, glaube ich, sechs Stunden gespielt. Ich habe mir das Spiel mal angeguckt, weil jeder sagt, oh, spiel das und das ist voll cool. Und ich muss sagen, es hat absolute Suchtpotenzial. Es macht so Bock irgendwie. Ich hoffe, die anderen machen dann auch mal mit. Oh, das wäre geil, wenn Sefriot wäre schon... Ich habe es schon wieder falsch ausgesprochen, gell? Sefriot. Der haut mich irgendwann noch. Äh, wäre schön cool, wenn die... Ähm, nimm mal Anti. Okay. Die anderen waren eh voll. Wir machen hier ein bisschen Wettrüsten. Oh. Ach, die sind schon mitten im Game drin. Ich habe gedacht, das wäre... Ach stimmt, ich dachte auch gerade. Das ist immer toll, mitten rein schon hier. Mach dir einfach die Tür zu, der Arsch. Boah, der hat mich am Kopf getroffen, ey. Oh, so noch danke. Fuck. Ach, das ist keine gute Runde. Nee, ich muss erst mal wieder reinkommen. Ich habe schon wieder seit drei Tagen nicht mehr gespielt. Und das Spiel verlernt man ja einfach viel zu schnell. Also, man sieht da auch, ne? Also, Profis spielen anders da. Mir leckt es auch irgendwie gerade. Ich weiß nicht warum. Vielleicht wegen der Aufnahme jetzt. Boah. Ja, kann sein. Aber normal. Ich stehe es nicht. Nein. Nö. Ganz kleiner Druck, glaube ich, drin. Muss ich mal gucken bei der nächsten Aufnahme. Wie sie jedes Mal die Tür wieder zumachen. Ah, fuck. Der hat mich erwischt. Scheiße. Er ist tot. Das hat so richtig... Dieses Spiel hat... Absolutes Wutpotenzial. Ich hoffe, wir... Ich hoffe, wir fluchen dann auch so, wie wir nicht aufnehmen. Das wäre cool. Oh, was soll der Scheiß? Was mich ja immer ankotzt ist, wenn man selbst ein ganzes Magazin auf die abknallt, ne? Und die aber einen dann mit einem Schuss oder direkt killen, ne? Die sind halt dann... Profis. Okay. Zumindest sind sie besser als einer. Ich habe wenigstens einen noch mitgenommen. Ich muss den nachladen. Ja, Alter, was ist das für eine Scheiß-Waffe, Mensch? Was soll die Kacke? Also, man muss sagen, ich hasse solche Waffen, so MPs... Boah, es gibt nichts Schlimmeres als eine MP, Mensch! Ruhig, Junge. Das hat schon eine gute Runde. Alter! Ich schwöre... Na, wenigstens geht's jetzt. Die Waffen sind in Ordnung. Ich habe ihm übrigens einen Kill gestealt. Zu meinen. War das deiner? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe eben einem Typen einfach seinen Gegner geklaut. Alter! Weißt du, zwei... Zwei Schüsse, ne? Ah, so, jetzt, jetzt, jetzt... Nein, halt! Nein, verdammt! Den habe ich nicht gesehen, den... W-w-w-w-w-Wichser! Ich bin Teamführend, aber was macht denn ihr alle? Ah! Ich hasse die Shotgun. Ich, ich, ich hole dich schon auf. Das ist kein Problem. Das geht schon. Also, ihr werdet sehen, ich bin eigentlich ganz gut mit den normalen Waffen... Ah! Shotgun geht bei mir gar nicht. Das geht bei mir gar nicht. Ich bin so schlecht. So, ja, so muss das. Das geht so, mit den Waffen geht das. Also, hier mit, äh, Schrot und sowas komme ich ja noch einigermaßen klar ab und zu mal, ne? Alter, wie der sich einfach auf dem Scheißhaus versteckt hat! Ups. So muss man das... Oh, endlich! Mh, diese Waffe! Mh, Scharfschützengewehr. Ich liebe es. Ihr habt's gehört. Hier, ich hab'n geklickt. Na? Alter, ich liebe es, na? Aber ich komm' grad nicht damit klar. All right. Ah! Ihr seht's! Ihr seht's! Ich krieg das nicht hin mit der Scheiß... Alter! Ich bin aber immer noch viel zu langsam, muss ich sagen. Das, das, das merke ich einfach. Viel, viel, viel zu langsam. Ja, ich auch. Wenn's, wenn's, wenn's ums, ums Zielen und Schießen geht. Wenn ich mir vorstelle, manche drehen sich um und schießen dir direkt in den Kopf rein. So. Fuck. Mit ner Pistole. Ah! Gut. Noch. Ah, endlich. Ach Gott. Wunderbar. Ich fühl mich schon besser. Meine Maus, ne? Also echt, die ist so... Äh, mein Maus ist dran schon. Meine Maus ist dran schon, definitiv. Oder kommt jemand mit dem Messer? Hey! Wie unhöflich. Oh, das ist sogar einer von den... Von denen hier. Ja, komm hoch. Ja, ja. Ich hab grad einen gerettet. Ich weiß noch, ob du das warst. Ja, das war... Ich danke dir. Oh, der war mit dem Messer hinter dir. Mit dem Messer? Das sind mehrere. Nein! Oh, das war knapp. Alter, leg's mich am Arsch. Der hatte... Der hatte schon das Messer gezückt und wollte... Wollte mir schon, äh... Der wollte mich schon mit dem Messer piercen. Habt ihr... Habt ihr das gesehen? Ich hasse es. Komm da. No! Fuck! Oh, scheiße. Ich hab meine Kamera verschoben. Da hab ich einmal nicht nach hinten geguckt. So. Einmal auf den Boden haut, Mensch. Scheiß drauf, egal. Noch eine Runde? Definitiv, oder? Wir sind hier erst 10 Minuten. Oder nette mal 10 Minuten. 7? Ja, ich weiß gar nicht. Wir nehmen ja heute... Also, ich nehme ja heute das Cisco zum ersten Mal auf. Weiß gar nicht, ob man da eine Runde oder zwei Runden... Ich glaub, wir machen immer so zwei Runden oder sowas. Ja, gut, bei meinem Fail2Gold haben wir ja immer gemacht, solange die Runde geht. Und die war meistens 20, 30 Minuten lang. Aber das waren ja auch Welt... Äh, Weltrang. Das waren Rangwissenspiele. Okay. Das waren halt ein bisschen länger. Oh, nee, die Karte zum... Oh, komm, wir machen direkt Anti, ne? Anti? Ach, die, ja. Und Ty. Das letzte Mal, als wir die gespielt haben, haben wir komplett gegen Bots gespielt. Weißt du noch? Ja, das war auch komisch. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, der Bot hätte mich eben gekillt. Ich dachte, ich wollte gerade so schon sagen, ich verliere nicht gegen Bots, das sehe ich nicht ein. Oh, weißt du, die erste Waffe direkt eine MP, ne? Ja, die ist ja noch okay. Nee, ist ja nett. Was machst du? Äh, nein. Oh, ich muss anladen. Ach, Gott, okay. Hahaha. Messer gelockt. Ach, Gott. Von oben und von unten. Wie unhöflich. Einfach von überall, ja, bei mir ist genau. Überall, pam, pam, pam. Alter, weißt du, mit dem Headshot direkt, ne? Die lassen einem nicht mal Zeit, um richtig onzukommen. Und dann schießen sie da schon in den Kopf. Ich hab vier. Weißt du? Nein! Ja, stirb einfach, du blöder. Ja, danke. Alter, das gibt's doch nicht! Die Kamera! Was denn los? Meine Kamera verrutscht immer. Ich muss auf meine Kamera besser aufpassen. Alter, wir sind so viele AFK bei uns. Ja, das stimmt nicht. Ich war nicht AFK. Ich hab... Ja gut, ich war ganz kurz... Doch, ich war ganz kurz gestanden und hab... Oh, das ist schon... Das ist schon eine bessere Waffe, die... Geh doch drauf! Gut. Fuck. Aber wie... Wie die mich... Hab ich so einen großen Schädel oder was? Was ist hier los? Weißt du, wie die mir... Ja, danke. Wie die mich alle in den Kopf treffen. Das war mein Kill, du. Das warst auch noch du, du Arsch! Immer dieser Russe! I'm from Russia! Der zieht den Nerv. Alter! Ey, das... Haha! Ach, du hast eben... Weil du gegen den gleichen gestorben bist, der, wo ich gestorben bin. Ja. Aber so lustig ist das... Alter! Wie... Ficke, Alter! Deswegen sehen die mich durchherkommen. Oh! Weißt du, ich schieße fünfmal auf den Typ drauf und treffe nicht ein einziges Mal. Wie kann denn das sein? Dieser Rusher? Nein, keine Ahnung, wer das ist. Keine Ahnung, wir nicht eben... Wir haben mich eben... Das geht halt. Dann sehen wir den. Wenn das abgeht. Alter! Oh, jetzt schießt ihr mit Hotform hier! Nein, Schluss Nachmann! Nein! Oh, da muss ich jetzt nicht auf den... Ich schießen soll, ey! So! Alter! Wo kommt der her? Wofür muss ich denn noch auf ihn schießen, ey! Stirbt doch jetzt einfach! Mann, ey! Ach, der Russe wird da! Ach, jetzt kommt wieder meine Shotgun-Runde... Ach, jetzt kommt wieder meine Shotgun-Runde... Ach, jetzt kommt wieder meine Shotgun-Runde... Ja, der bin ich auch grad... Ach, der hat sich... Wieso bückt der Typ sich? Das... Das war ein Hack? Ein Hack? Nein, doch doch! Dresst, doch! Oh, ich habe gekriegt, aber zu wenig. Weißt du... Die sind bei uns im Lager... Wie soll man denn da killen können? Weißt du? Der taucht hinter mir auf! Ah. Da, friss meine Bleikugeln, du Arsch! Der steht da oben bei uns einer. Ach ne, das ist unsicher. Da! Du Wichser! Da! Ei, ei, ei. Ich zeige euch, ich gebe euch jetzt Zucker in der Arsch, Mensch. Der Russe wird da! Stimmt! Alter! Ne? Ne? So, das hast du da vorne. Du hast mich zwar nicht gekillt. Wie, der mich schon wieder abgeschossen hat! Ey, dieser Russe, der geht so hoch, der Nerve. Mir gehen gerade alle hier tierisch auf den Sack. Wieso ist der Afkater-Typ? Lass ihn doch. Ich hatte immer einen Freekill für die. Hab' ich. So, nutze ich das mal auch aus, ne? Was denn? Arsch. Hm? Was denn? Ach! Dieses Teamführer-Ding. Das ist aber nicht gut, wenn du das hast. Was? Ich darf das auch mal ausnutzen, wenn die Ärsche das ausnutzen. Ey, ich mach das immer. Ach, das war nix. Meine Maus. Alter! Alter! Da hatte ich die Pistole! Wie die mich... Hey, die bist du so nicht bekommst. Alter, wie der vorne dran einfach spawnt, dieser Typ! Stellt sich direkt vor mich! Oh, das war knapp. Ewa, hab ich irgendjemandem richtig den Arsch gerettet? Da war nämlich ein Messer-Typ. Hier ist ein N-N-N-T-Jatz-Irgendwas. Da, da ist er! Da kommt er! Ah! 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 Boah, ey! Boah! Noch eine Runde, oder war's das? Wir sind jetzt bei 15 Minuten. Nee, das war's. Ich würd' sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss! Tschüss! Ach so, war dein...